Hey Leute, GMAX hier und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, liebe Freunde. Und nach langer, langer Zeit ist es endlich wieder soweit. Ein Pokémon-Karten-Pack-Opening zusammen mit dem MaceMage. Yo, Leute. Wir haben hier 13 wunderbare Packs von drei verschiedenen Sorten am Start. Einmal haben wir hier Packs von Strahlende Sterne, Drachenwandel und das sind, glaube ich, die neuesten Karmelsin- und Pupur-Edition. Mega, mega coole Packs auf jeden Fall am Start. Allerdings werden wir von diesen 13 Packs, also das sind, glaube ich, 130 Karten, genau. 10 Karten in einem Pack sind drin, genau. Werden wir nur 80 Karten-Packs, äh, 80 Karten-Packs, 8 Karten-Packs öffnen, liebe Freunde. Der MaceMage öffnet 4 und ich öffne 4. Und dann am Ende gucken wir, welches Team das coolere ist, Leute. Und der Typ hat dann gewonnen. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Video. So, Leute. Das hier ist das Team von MaceMage und das hier ist das Team meiner Wenigkeit. Ich habe mir quasi zwei Karmelsin- und Pupur-Packs gekreilt. Einmal Strahlende Sterne, einmal Drachenwandel. Der MaceMage setzt, glaube ich, alles auf Strahlende Sterne hier. Er hat zwei Packs davon. Einmal Drachenwandel und auch Karmelsin-Pupur. Das sind ja die neuesten Packs. Also, ich bin sehr, sehr gespannt, was aus der neuen Edition so rauskommen werden für Pokémon. Es gibt da so viele verschiedene Typen. Wie gesagt, Leute. Derjenige von uns, der am Ende die krasseren Karten zieht, hat auf jeden Fall das Duell zwischen uns gewonnen. Und ich würde sagen, MaceMage öffnet jetzt sein erstes Pack. Okay, MaceMage entscheidet sich hier für Strahlende Sterne. Oh, und da sehen wir schon einmal ein Nacht-Pokémon. Oh, und wir beginnen hier mit Slimer. Oh, als nächstes Pipi, 60 Punkte. Blitzer hat die Weizertacke. Ein Electek und, oh, geiler Artstyle. Gefällt mir. Ein Ressler Deo, das ist aus welcher Pokémon-Liga? Das war aus XY. Genau, aus der Kalos-Region. Die erste glitzernde Karte. Hier seht ihr schön die Animation mit den Blättern. Ein Kokowai. Chilt gerade ein bisschen im Wasser. Sieht auf jeden Fall nett aus. Eine richtig krasse Trainerkarte. Boah, an Trainerkarten haben wir gar nicht gedacht. Wollen wir sagen, dass so Trainerkarten auch sehr krasse Karten sind? Ja, oder? Ja. Also, wenn sie so aussehen. Ich habe diese Marys Stolz noch nicht gesehen, aber sie sieht auf jeden Fall cool aus. Eine neue Energiekarte von Typ Metall und Lolas Vorahnung. Die aus Alola? Ist die eine Wahrsagerin, oder was? Nein. Einmal Top-Film, also eine Itemkarte. Wir haben gerade zweimal Kokowai im selben Pack. Okay. Und nochmal eine Code-Karte, die können wir am Ende zeigen. Oder Mace-Man macht das jetzt. Ja. Gönnt euch gerne den Code. Wir benutzen die nicht so. Und ich würde sagen, dann öffnen wir als nächstes hier eines von meinen Packs. Ja, das hier würde ich sagen. Eines der neueren. Schön Karmesin und Purpur. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie gesagt, Leute. Was da für Pokémon rauskommen werden, ist ja die ganz neue Edition, glaube ich, oder? Ja. Mega, mega cool. Mega, mega cool. Jedenfalls das Neueste, was ich im Laden so finden konnte. Naja. So, drehen wir um und starten mit einem Knatox. Noch nie gesehen. Sieht aus wie eine Dampflok. Ein Scampisto. Okay. Ein Mexiko ist ein definitives Standard-Pokémon. Kennt, glaube ich, jeder. Ein Quacks. Das ist das neue Starter-Pokémon. Interessant. Ein Staraptor. Oh, Staraptor hatte ich, glaube ich, noch gar nicht. Und ein richtig cooles sogar. Mit 150 Punkten, Alter. Ein elektrischer Generator. Ja, eine Itemkarte. Uh, ein spezielles Diktri. Schlägtri sogar. Ist eine andere Form. Eine neue glitzernde Karte. Tarunde. Ein Spinnen-Pokémon. Ist komplett eingewickelt in Fäden. Und? Und wir haben dieselbe Pistole jetzt nochmal, aber in glitzernd, liebe Freunde. Ihr seht mal den Vergleich. Hier die richtig coole Animation mit den Pokébellen. Und keine Ahnung, was das hier für ein Zeichen ist. Leute! Oh, und ich glaube, ganz ehrlich, das ist bisher die kurzaussehendste Pokémon-Karte, die wir haben. Ein Epitaph. Okay. Runde. Was ist das für eine Attacke? Die hat ein Dynamitstoß. 170. Und ihr braucht nur zwei Stein-Pokémon-Karten. Energiekarten. Eine Blitzkarte, liebe Freunde. Und dann nochmal den Code zum Abschluss. Sehr geiles Pack. Also, ich würde sagen, bis jetzt. Also, ich glaube, ich habe die besseren Pokémon-Karten in meinem Pack bekommen. Aber MaceMage hat eine sehr krasse Trainerkarte. Und auch noch ein cooles, ähm... Eine coole Glitzerner-Karte. So, MaceMage macht weiter mit seinem Team. Auch mit einer schönen Kamesin-Pupu. Ganz genau. Oh, wir haben hier gerade einen kleinen Besucher. Hallo, Luki. Das ist meine Katze. Die möchte auch mit Pokémon-Karten-Packs öffnen. Leute, wir haben einen Voltilarm gezogen. Okay. Ein Zalanga. Ein Zalanga. Das habe ich mir in Pokémon-Schwert und Shit geholt. Ein Cesario. Ein sehr, sehr krasses Pokémon, muss ich sagen. Okay. Ein Riolu. Ein Riolu. Sehr niedlich. Ich kenne jemanden, der diese Karte sehr, sehr mögen würde. Ja, der Smice, glaube ich, oder? Gleich die Weiterentwicklung von dem Quads, dem Fuenten... Entschuldigung. Fuentente. Fuentente. Ja. 100 Punkte. Not bad. Ein Mopex. 110. Sieht krass aus. Einer speziell in Form von Tentantel. Ja, Tentera. Oha. 120 Punkte. Sieht irgendwie... Dieser Rand gefällt mir immer, ne? Dieser silberne Rand. Hm. Ein glitzerndes Hunduster. Oh ja, Digga. Das Artwork ist auch geil. Oh, 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 oh. Ein Cremanzo. Ich glaube, das ist jetzt aus der neuesten Version. Eine sehr, sehr starke Karte. Sieht mega cool aus. Oh mein Gott. Und gleich eine Endentwicklung vom Wasserstarter. Wir haben alle Wasserstarter heute gesehen, Leute. Oha. Oh man, ich habe das Game noch gar nicht gezockt, glaube ich. Oder den Anime geguckt. Hm. Aber krass. Eine schöne Basis-Energie-Karte. Ja, kann man mal mitnehmen, würde ich sagen. Nebenbei noch bemerkt, ich habe so das Gefühl, die gehen jetzt wieder so ein bisschen mehr back to basic, Leute. Dass die Designs auch wieder ein bisschen älter aussehen, wie in den Ältepacks. Hier ein toller Code für euch. Gönnt ihn euch. Genau. Gönnt euch mal den Code, Leute. Und ich würde sagen, wir öffnen als nächstes einmal Strahlen der Sterne bei mir. Der Mace-Match hat das ja schon ganz gut vorgelegt mit seinen Packs. So. Dann als erstes haben wir, das erkenne ich sofort, das ist ein Low Cups, Leute. Einer der geilsten Pokémon-Entwicklungsmöglichkeiten. Weil die muss man ja so mit einem besonderen anderen Pokémon tauschen, was die sich entwickeln. Ja, ja, ja. Sehr cool. Ein Pipi. Das hattest du auch schon, glaube ich. Ein Kikugi. Ich stehe nicht so auf diese Pflanzen-Pokémon. Ein Karadonis. Das ist ein richtig altes Pokémon. Das hatte Ash ganz, ganz früh am Anime. Ein Krebskorps. Okay. Ein Shadrago. Ein Shadrago. Das ist so ein Pokémon, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es auch so fühlt. Das ist so ein Pokémon, wo ich mir immer dachte, es sieht so krass aus, aber es hat halt keine Entwicklungsstufe irgendwie. Es hat keine Weiterentwicklung, keine Vorentwicklung. Ein Befehl vom Boss. Interessante Trainerkarte. Oh, die Feuerenergie. Die Feuerenergie, Leute. Die sieht voll geil aus. Not bad auf jeden Fall. Not bad. Ein Pelzebub. Ein Pelzebub. Sieht auch heftig aus. Ein Knacksel. Oh, diese Animation, Alter. Guck dir das an. Voll 3D-mäßig. Gloria, wieder eine Trainerkarte bei mir. Okay, nehmen wir mit. Und das war es auch schon. Bisher keine GX-Karte, liebe Freunde. Aber ich bin gespannt, ob hier noch was auf uns wartet. In den 4 Packs, die wir jetzt noch öffnen. Wie gesagt, wir haben hier noch weitere 4 Packs. Aber, liebe Freunde, äh, weitere 5 Packs sogar. Aber wie gesagt, liebe Freunde, die öffnen wir dann im nächsten Pack Opening. Dann wird es da auch noch weitergehen. Ein normales Tentante sind wir schon mal beim Öffnen. So, ein Tentascher. Okay. Sanfter Hieb. Uh, ein Irrbis. Ein Irrbis. Team Rocket lässt grüßen. Ein Kindwurm. Kindwurm, nicht so krasses Pokémon. Bis es sich dann am Ende zum fetten Drachen entwickelt. Genau. Mach schon mal, oder? Nee. Nee. Ach ja, stimmt. Egal. Ich weiß es. Libiskus als nächstes. Samurzel. Samurzel. Wir haben gerade sehr viele kleine Pokémon. Wieder ein Libiskus. Aber diesmal ein Glitzer natürlich. Ja, diesmal ein Glitzer. Aber wir haben sehr oft Doppelte gerade dabei. Muss man sagen. Und ein Tengulis. Die Endentwicklung vom Samurzel. Tengulis ist ein krasses Pokémon. Tengar Joy. Interessant. Und gleich eine schöne Elektroenergiekarte. Mhm. Ein Hippoteros. Hippoteros. Okay. Enthoron. Auch interessant. Ein Terribug. Ein Terribug. Wuff, wuff. Alles klar. Und hier wieder ein Code für euch, liebe Freunde. Damit haben wir jetzt noch drei Packs, die wir öffnen können. Zwei von meinen und eines von MaceMage. Ich würde sagen, wir öffnen auch mal Drachenwandel. Und das Karmesin-Pupur heben wir uns dann für den Schluss auf. So, einmal Drachenwandel. Mit dem Felinara oben drauf. Obwohl Felinara gar nicht vom Typ Drache ist. Ja. Komplette gegengesetzte Typ, nämlich Typ Fee, meine lieben Freunde. Und wir starten bei G-Max mit einem kleinen Voltilam. Voltilam. Oh, ein sehr krasses Wo-Ingenau, Alter. Hier auch dieser Effekt, den man auf manchen Karten sieht bei Drachenwandel. Dieser fokussierte Angriff. Schon wieder ein Libiskus. Wieder ein Libiskus. Das ist ähnlich wie ein X und Y, wo man immer sehr gute Fische gesucht hat und immer auf das getroffen ist. Mhm. Ein Litomid. Kann sich zu Kastelit weiterentwickeln, später. Und dann ist es sehr effektiv. Und wir haben auch eine weitere Entwicklungsreihe vollständig mit dem Jungen hier. Genau, da hatten wir nämlich schon die Weiterentwicklung gezogen, liebe Freunde. Einer der wenigen Pflanze-Drache-Pokémon, wenn ich mich nicht irre. Ein Knapfel. Hatten wir, glaube ich, schon, aber nicht. Oh mein Gott. Leute, wir haben unsere erste V-Max-Karte heute, liebe Freunde. Und wir haben ein, warte, ich kann es nicht lesen. Wuli-Pulver. Ein Wuli-Pulver. Oh Gott, dieses Pokémon kenne ich gar nicht so krass. Aber Leute, gönnt euch mal diese Karte, Junge. Oh, ich würde es noch mal ein bisschen mehr in Licht halten. Diese Augen. Gönnt euch das. Jetzt hier mit Rainbow-Effekt, Leute. Mega coole, glitzernde Karte auf jeden Fall hier von Mace Mage. Sehr, äh, von mir. Von mir sogar, von mir. Oha. Damit gehe ich, glaube ich, sogar in Führung mit den coolen Karten. Okay, hier wieder eine Item-Karte und eine Energie-Karte, liebe Freunde. Es läuft auf jeden Fall bei uns. Die Kristallhöhle. Kristallhöhle. Habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Uh, und nochmal ein sehr mächtiges Eis-Pokémon. Ein Artiklass. Okay, können wir mitnehmen. Und hier wieder ein Code für euch. Und ich würde sagen, diese GX-Karte, Leute, die packen wir auf jeden Fall nochmal extra 310 EP-Punkte, äh, Karpi-Punkte, Kampfpunkte. Mega cool auf jeden Fall. So, Leute, jetzt geht es hier aber ins Finale rein, liebe Freunde. Der Mace Mage öffnet noch eins. Und ich öffne noch ein Pack von mir. Und ich würde sagen, let's go. Mücke der Bessere gewinnen. Wir beginnen mit einem Knils, was sichtlich sehr schlicht gelaunt ist. Hm, ja, Standardpunkt. Boah, machen weiter mit einem super niedlichen Plimfer. Plimfer. Lucia würde sich freuen. Oh mein Gott, und noch ein Starter gleich. Ein schönes kleines Cellast. Ein sehr altes Pokémon, Starter. Uh. Sneebel, auch cool. Ich mag ja Sneebunna aber mehr. Das, muss ich sagen, mag ich so ein bisschen weniger, das Kling, aber, naja. Nochmal ein glitzerndes Ressladero. Ich glaube, Ressladero hatten wir noch nicht in Glitzernde. Nein, war jetzt nur nochmal. Mega cool. Oh mein Gott. Ein Reitschuh, Leute, in der V-Karte. 200 Kp, Leute. Oh, gönnt euch diesen Angriff. Mal 60 dynamischer Funke. Leute, okay. Mesh-Mesh hat hier auch eine sehr, sehr krasse Karte. Die müssen wir am Ende mal vergleichen, aber die sieht geil aus. Und dazu passend natürlich eine Elektroenergie. Hm. Hier ein langer Freund von, hier ein langer Rivale von Ash, hier der Barry, haben wir sehr oft gesehen. Gleich eine Weiterentwicklung. Ein Klick lag direkt im Pack drin. Auch ein Knarxel. Ja, es ist, glaube ich, sogar dasselbe, aber sieht cool aus. Und natürlich für euch alle ein Code zum Eins-Game. Ein Code, liebe Freunde. Schreibt gerne mal in die Comments über... Schreibt gerne mal, by the way, in die Comments überhaupt, wer von euch das Online-Game, das Online-Zielspiel überhaupt spielt. Und wenn ihr was Gutes zielt, auf jeden Fall auch. So, das letzte Karmesin- und Pupor-Pack, was wir in diesem Pack-Opening öffnen. Mein letztes Pack, liebe Freunde, es wird jetzt ernst. Die sind verdammt zu gut zugeklebt. Werde ich jetzt noch was Gutes ziehen, oder ist das jetzt es schon gewesen mit zwei krassen Karten? Wir werden sehen. Wir haben das erste Mal heute ein Flattutu. Interessanter Name auf jeden Fall. Ein wie Pietis, oh, wieder Team Rocketless grüßen, ein sehr, sehr cooles Pokémon. Ein Hund Duster. Ein Hund Duster, Biss und Flackern, 30, 10. Flannival, normale Tackle-Attacke, jetzt nichts krasses. Oh, ein Famibs, oh Leute. Das sieht super niedlich aus. Das sieht ja aus wie Snoopy als Hase oder Maus. Eine Weiterentwicklung vom Feuerstarter. Ein Lokroko, 100 KP. Oh, eine schöne, starke Endentwicklung mit Fähigkeit. Ein Floorverse. Ist auch cool. Ein legendäres Jungs in Glitzern. Oh, was? Ein Mirai-Dorn, Leute. Oh, Blitzlaser, 90 Punkte. Leute. Das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Das ist wirklich mega krass. Ein Raffel, okay. Forschung des Professors. Auch wieder eine Trainerkarte. Sehr nice in Glitzern. Und hier eine, boah, bisher die schönste Energiekarte. Irgendwie Basisenergie sogar. Spezieller Name. Und natürlich auch der letzte Code des heutigen Tages. Oh. Aber Leute, ich würde sagen, das Video dauert jetzt gerade 16 Minuten. Ich würde sagen, wir hauen nochmal was raus und öffnen noch eins dieser schönen Packs hier. MaceMish darf sich das gerne aussuchen. Welches nimmst du? Auch das strahlende Stern, dass der nicht so allein ist. Ich würde sagen, das zählt dann nochmal so für dein Team. Weil du hattest, glaube ich, bisher nicht so krasse Karten im Vergleich zu mir. Dann können wir das nochmal ein bisschen ausgleichen. So. Ist jetzt das neunte Pack. Wir starten mit einem Sneeble. Das konnte man schon sehen. Ein schönes Sneeble. Okay. Kann man machen. Ein Krebskorps. Hatten wir aber auch schon, muss man sagen. Ein Magma. Ein Magma. Das erste heute. Gönnt euch. Dieses Artwork. Sehr schön hier weihnachtlich gezeichnet auf jeden Fall. Kröpuk. Ein sehr starkes Pokémon, was bis der Feentyp rauskam, so gut wie keine Schwächen hatte. Ja, sieht interessant aus. Ein Burmi. Ein Burmi. Okay. Schön eingepfercht. Uh, Cynthia's Ehrgeiz. Sehr schöne Karte. Das ist ne sehr krasse Trainerkarte eigentlich. Ein Golgantis. Oh, ein Golgantis ist heftig. Heftiges Pokémon. Oh, die Wasserenergie ist auch sehr, sehr schön. Und eine Wasserenergie-Karte, liebe Freunde. Und ein Krebutag. Damit hat der Mace-Match eine Entwicklung, eine sehr coole Entwicklung. Ein Hyperball. Ein sehr cooler Hyperball. Ist auch am Start. Okay. Ein Vibrava. Die Weiterentwicklung von diesem Knacksel. Ja, sieht nice aus. Und die Vorentwicklung von die Beldra. Und das war's auch schon, liebe Freunde. Gönnt euch hier auf jeden Fall zum Abschluss nochmal den schönen Code. Gebt ihn gerne ein und ich wünsche euch Glück, dass ihr was Geiles zieht. Und jetzt, Leute, kommen wir zur kleinen, aber feinen Auswertung dieses Videos. So, liebe Freunde. Das hier ist die Auswertung des heutigen Tages. Das hier sind die 10 coolsten Karten, die wir heute gezogen haben, unserer Meinung nach. Das hier war von Mace-Match. Das hier war von mir. Ich würde sagen, insgesamt habe sogar ich das Duell gewonnen, weil ich habe definitiv krassere Pokémon gezogen. Allein schon mit den beiden hier, hier das legendäre Mirai-Don oder das Polyphora V-Max, liebe Freunde. Da in der 10 KP auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Karte des heutigen Tages. Obwohl Rai-Chu-V auf jeden Fall auch sehr gut mithalten kann. Und hier sieht diese Trainer-Karte, die sieht nice aus. Ich würde sagen, auf jeden Fall haben wir heute mega, mega coole Pokémon insgesamt bekommen. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne einen Like da, liebe Freunde. Abonniert meinen Channel, um nichts mehr zu verpassen. Abonniert auf jeden Fall auch Mace-Match, ist ganz oben in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, bis dann, haut rein, euer G-Max. Tschüss.